Hallo, mein Name ist Sigurd Roscher und ich bin Prozessoptimierer. Jetzt nicht in dem typischen BWLer Sinne, aber es geht grob in die Richtung eines Selbsterkenntnisses. Und zwar haben wir unseren Einkauf optimiert. Und meine Frau und ich, wir fahren immer in den gleichen Laden zum Einkaufen und über die Zeit ist uns dann aufgefallen, wie wir Kleinigkeiten immer verbessern, damit der Einkaufsprozess ordentlich abläuft. Hier sieht man, wo wir gewohnt haben in Köln, in der Modemannstraße 7, in der Frankfurter, ein bisschen weiter, eigentlich nur vier Minuten mit dem Auto, war der Supermarkt. Ein paar wenige Ampeln, da kann man nicht viel optimieren, direkte Strecke, parken von Tür zu Tür, vor Haus zu Haus. So, angefangen hat das Ganze, wie lege ich denn meine Sachen aufs Band an der Kasse? Also erstmal die schweren, harten Sachen nach vorne und die Zermatschbaren als letztes, weil die müssen ja dann oben drauf und bitte nicht unten drunter, weil sonst ja Matschepampe. Die Sachen haben wir dann im Einkaufswagen gleich in die Taschen reingestopft, in der richtigen Reihenfolge, also hart unten, weich oben, damit wir dann eben nur noch die Tasche aus dem Einkaufswagen rausheben müssen und zack, gleich in den Kofferraum rein. Also was ich da gesehen habe, war Wahnsinn, da haben die Leute zwei, drei Einkaufswagen erst am Parkplatz verräumt, in Taschen, die dann im Kofferraum lagen. Hat ewig gedauert, da haben wir schon mal Zeit gespart. Wir haben ein paar Sekunden gebraucht, die haben dort ewig rumgeeiert. Nächster Optimierungspunkt war die Einkaufsliste, damals noch per Hand geschrieben. Das ist ja wie ein Parcours, so ein Supermarkt, also es gibt einen Start und ein Ziel und es gibt eine bestimmte Reihenfolge, also wurde auch die Liste nach der Reihenfolge des Supermarktes geschrieben. Tja, das Auflegen vom Band ist ja so, man will ja da nicht rumkruscheln, also haben wir dann im Wagen schon Zonen definiert, die harten Sachen, schweren Sachen hinten, die ganz leichten, zermatschbaren vorne und den Rest in der Mitte. Ja, das Problem ist, unser Eingang war nicht direkt an der Straße, man konnte nicht direkt vor die Haustür fahren, man musste an der Straße parken und dann zu Fuß latschen. jeweils über Treppen. Es gab schon so Fahrradrampen, aber es war ein Gefälle da, ein bisschen blöd. Naja, ich habe mir dann überlegt, hey, ich habe noch so ein altes Skateboard rumfliegen, packe ich doch da ein paar Sachen drauf, packe mir aber was auch auf die Schulter, ich will ja nicht so oft laufen. Der Laufprozess musste optimiert werden, hat mir aber ordentlich Rückenschmerzen verpasst und das Zeug ist vom Brett gefallen, die Rampe runter. Naja. Also bin ich zum Baumarkt und habe mir eine Klappkarre gekauft, die ab dem Zeitpunkt beim Einkaufen auch immer mit im Auto drin war. War schon mal saukul, kein Rückenschmerzen mehr, aber bei vielen Sachen Taschen nicht stapelbar, also doch zwei-, dreimal rollern. Nachbarn haben sich schon immer gefragt, was wir so rumrollern. Also nochmal ab in den Baumarkt. Klappkisten gekauft. Die Kisten, äh, ja, kann man super stapeln, wenn man sie nicht überfüllt. Die oberste darf man ein bisschen überfüllen, die anderen unten drunter nicht. Also nur noch einmal fahren vom Auto bis zur Haustür. Auch kein Rücken mehr. Das musste wiederum den Prozesspunkt am Band, musste dann angepasst werden. Das heißt, wir haben nicht mehr in Taschen reingefüllt, sondern in die Klappkisten. Und die Klappkisten dann gleich im Wagen gestapelt. Bam, 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 bam. Da haben sie recht geschaut, die Kassierer und anderen. Was ja auch voll blöd ist, sind diese Six-Pack-Wasserdinger, diese Billow-Wasser. Ähm, die kann man nicht stapeln. Also, altmodisch Kästen. Stapelbar. Super duper auf die Rollwagen-Geschichte drauf. Und, naja, ist auch weniger Müll. Ist auch super. Also, mit den Kästen und den Klappboxen. Zack, zack, zum Auto. Bam, bam. Bam, hinten rein und Klappe zu. In wenigen Sekunden verpackt und los. Andere Optimierungspunkte waren noch, also in Köln kann man bis spätabends einkaufen gehen. Wir sind dann immer zwischen 20 und 22 Uhr einkaufen gegangen, weil da war erstens kein Stau und keine Schlange an der Kasse. Das nutzen nicht so viele Leute dieses Angebot abends. Naja, gut, hier sieht man so ein bisschen die Ersparnis. Das, wenn man das so durchrechnet, die Stunden pro Woche und pro Jahr, ist man bei 2,16 Tagen im Jahr, die man sich durch diese kleine Optimierung erspart. Was jetzt nicht optimierbar war, waren blöde Kassiererinnen, Idioten vor einem an der Schlange. Gangverstopfer, dann Käse- und Wurstthekebedienungen und Idiotenparker. Schlecht optimierbar, gar nicht optimierbar. Als allerletztes habe ich dann diesen Prozess komplett ausgegliedert an meine Frau, die dann mit unserem Kind zusammen diese Einkäufe erledigt hat und ich habe jetzt noch mehr Freizeit. Danke.